Herr Tauber meint, wenn Sie eine ordentliche Ausbildung haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs. Ich sage, Herr Tauber, steigen Sie aus, aus Ihrem Raumschiff. Die bittere Realität ist, dass viele Menschen prekäre Arbeitsverhältnisse haben. Denken Sie an die Reinigungskraft, die mehrere Putzjobs hat. Denken Sie an Menschen, die im Bäckereihandwerk arbeiten, die hart arbeiten, aber trotzdem nicht über die Runden kommen. Denken Sie an den Hochschulabsolventen, der trotz Studium keine gute Arbeit findet. Herr Tauber, diese Menschen leiden auch unter Ihrer Politik, unter Ihrer Sozialabbaupolitik, unter der Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt, unter der Agenda 2010 Politik, die Sie mitbetrieben haben. Herr Tauber, machen Sie Ihren Job ordentlich und haben Sie mehr Respekt vor hart arbeitenden Menschen.